Bei der Pro-Stock-Klasse viele Originalteile verbaut, ein Turbolader zur Aufladung, Diesel-Treibstoff. Wir sind gespannt, was er hier heute hinbekommt. Sein Teamkollege hat gerade gesagt, er ist sehr nervös. Heute hier beim Start, King Shopping Dark Side of the Moon. Wir haben uns was überlegt für den Gaststarter heute hier, weil er ja eigentlich keine Klasse hat, wo er wirklich auch einen Pokal mitfahren kann. Hat uns gestern einen tollen Pokal gezeigt, hat uns heute einen tollen Pokal vorgezeigt und bekommt dafür einen Sonderpokal. Dark Side of the Moon, King Shopping. Einmal aufs Podest bitte, ganz nach oben. Ganz nach oben, das hast du dir verdient. Zwei tolle Puls haben sie uns hier gezeigt. Gestern einen, heute einen mit einem wunderschönen Traktor und eine kleine Erinnerung an den Gaststab hier in Krummer. Dieser Pokal für das Team. Mit einem schönen Gruß an Antwerp.